Darni! Also Ju war bei mir vorhin übrigens mal dran. Und, hast du die Chance gelassen, du mal das Heldkapper setzen? Ja, ich hab nix anders gemacht vorher. Warte! Sehr schöner Schlitz. Äh, 1-1, das war ja. Ja, ganz klar 1-1. Gut, weiter! Da hat er! Entschuldigung! Ja, alles gut, war dran. Ja! Ja, schönes Set mit Zorro. J war das. Ja, J? Ja. Guck mal, harte. Hier, komm. Starte! Könnte noch ein bisschen sein. Ich hab den von Egon gesehen. Die Uhr hat's hier leicht rüber geschnitten. Oh, 2,2. 2,2. Guck mal, harte! Starte! Starte! Haben Sie ja gesagt. Ach so, hab ich nicht gehört. Die sprungige Ding war doch in deiner Brust drin, oder? Du kam gerade hinter deinem Schild so runter. Ja, das war sowas. Hätte ich auch so gesehen, ja. Okay. Weil dann endet der Kampf fair mit 3,2. Guck mal!